1.000 Euro unterbiegen kann oder nicht? Das kann ich dir nicht so sagen. Willkommen! Simon, komm rein! Hey! Cyril! Was ist das? Rollstuhl! 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 Yes! Yes! Rollstuhl! 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 Weiter! 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 Schöne Flanke! Schön gesehen in Torwart! Komm jetzt! Schönes Ding! Ja! Oh! Komm unser Ball! Oh! Jetzt muss unser sein! Jetzt muss unser sein! Nein! Jawoll! Schön! Oh! 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 Falsche Richtung! Ander offen! Wir haben keinen Nick! Weiter! Geht ran! Genau! Geht mal hin da! Pssst! Oh! Pff! 2-0! Ja. Will der Seifers? Ne! Was haut denn das Ding gar nicht in den Hausten? Ah, nicht so gleich immer. Jetzt unser Ball, unser Ball, unser Ball. Jawoll. Muss unser sein. Ja, eins gegen eins. Aber ist immer noch... Oh, der hat schon flange. Oh, ja, 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 ja. Ja, 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 ja! Jawoll! 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 Der gute Kühler! Komm! Komm! Ja! Ah! Ich habe es gesehen, es hat er schon wieder so angezogen in die Planken. Jetzt! Daniel! Weiter! Oh, das war nicht cool. Oh, da sitzt. Ja, das ist hier! Das war riesig! Renato. Renato, ja. Lasse! Jawoll! Weiter! Der Körper ist. Alter! Tschüss ihn dann! Gut! Gut! Ja! 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 Uuuuh! Jawoll! Ganz stark! Jawoll! Ganz stark! Ja, ja! Fiddy, komm! Jawoll! Jawoll! Ja, ja! Wir waren! Unser... Unser... Eins... Ja! Tschüss! It sucks! Chuckمann! Ja, das ist ein Mann! Er ist ein Mann! Mit unsfic� sind! Jawoll! Ein Mann! Magmar! Komm weiter! Das ist ein schöner Konfer. Komm jetzt! Genau! Ja, 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 ja! Ja! Komm jetzt! Nächste Chance, komm jetzt! Weiter! Ja, oder? Ja! Oh, komm! Ja! 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 Komm! Ja! 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 Gut! Gut, Kühler! Nein! Ist das euer Herz? Ist das dein Anspruch? Ja! Ja! Jawoll! Jawoll! Jetzt müsst ihr noch für Eddie singen Happy Birthday! Ich bin Norsal!